ja hallo und herzlich willkommen hier zurück zu rocken liegt heute wieder mit jonas und einer zweiten person stell dich doch mal vor hallo ich bin der jakob bin ein kumpel von jonas heute mal ohne Januka weil der immer noch im Urlaub ist wie es um mich an ihr vielleicht aber das ist es bekommen hat dabei ist er dachte was für Leute spielen überhaupt sie müssen sich als Ehebruch ist alles sehen ist ich habe immer die machen können wir spielen als Team Fett erwartet und steht dass da steht das auf der Fahne drauf ich bleibe hinten wir haben vorher muss wieder hinten stehen 8 Alter mein Problem ist immer ich hab nie nie treu es macht so ab wo er war es ja mach ich ja schon die ganze Zeit um den abstehen ist es immer so schnell ein ich denke so der Leibniz an sich immer ein Nürzelses lieber nützt nützlich ein und dann kommt so ein Jonas um die Ecke und Stieb mir jeden Fall und ja wenn du mir erhältst wunder ich mich auch mit der sieben die Klau dann kommt halt der Flieger und Schuss der Flieger der Bilde das abdurchschnittstende ich muss leiser reden zu bleiben ja heute kann immer noch es ist genau der gleiche Aufnahmetag an dem ich auch das andere es wird kommen die Mittel er hat eine Erdmitte ja doch 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 nein zu spät vor der Standorten auch irgendwie ein bisschen weniger sein glaube ich da meine Eltern auch schlafen wir fahren morgen in den Urlaub die Nähe wo er im Kauf ist und alles klar du meinst du hast heute vor Ort zum Klugscheiß Städtico vor wir haben nun mal 1 Jahr und dann halt heute war ich heute in den Urlaub und ich soll irgendwie eigentlich nicht so lang zocken aber naja du musst aufpassen was die Ausrede ja genau mein YouTube Channel mit 300 jetzt eine ganz dumme Frage Türkei hat keine Zeitverschiebung oder doch eine Stunde eine Stunde eine Stunde ja die sind jetzt eine Stunde später deswegen hätte ich ja Luca eigentlich um 11 Uhr gratulieren können dann wäre ich der coolste gewesen dann sagt bei der Mitte Afra am Netzen und ist klar der hat danach die wieder über tausend Punkte weil er sich die Tore klauen der Worten Spons in die was will der denn jetzt war dann noch als ich habe jetzt schon drei und zwei jetzt ich bleib hinten ich gehe drauf Loll wechseln ich war ich mich hatte dass das war eben schon mal ich war und ich bin im Zettel und um mich nicht wie so ich mich fahren kann ja wenn schon jetzt Tobi dein Einsatz bin leider nicht da da bin ich jetzt nicht sein ist nicht dein Ernst ich wollte dass du sagst denn schon aber danke bis im Stich lassen bei mir war es leicht aber ich glaube dass die wir an der FP zahlen um mich gut gerettet Kollege Heimann ein neuer alles klar durch alle durch auch das gibt es ja wieder mit Klinik aber wirklich ja aber so der fährt auch noch weg der Lukaku einfach nur warte mal der Lukaku das ist doch eh ein deutscher der der Lukaku wenn er sich schreibt er dann als englisch der wahrscheinlich denken wir sind englisch vor allem weil Jonas und Tobias so mega englische Namen sind wenn der reinkommen hat auch als ob wenn ich den reingemacht hätte ne ja klar komm und jetzt steht er da und schießt so ein Tor ich hab schon wieder kein Tor ne jetzt reichts wieder es reicht bist du schon genauso wie ein Lukas wenn ich danach wieder letzter bin ne passt nur auf Ragequid ich sag's euch das aber nur ein ein zwei Torvorlagen das bringt mir sehr viel pff tschuldigung davon kann ich mir auch nichts kaufen glaub ich bin jetzt Level 19 oh alter was geht denn hier ist draußen alles safe wohlgemetzig hab ich dann mach ihn auch ja ich bin schon von hinten gekommen ja ja du bist von hinten gekommen viel Spaß jo wer geht dran also ich stell mich grad mal ins Tor ich hab versucht ihm was zu bauen versuch er plappert eigentlich im Hintergrund das ist der größte Moment er wäre mal gucken wenn er sich die Aufnahme anhört ey mein Tor der klaut mir erst mal das Tor ich glaub's schön abgestorben ja ihr fragt sich das nochmal an meckern wir nicht ich hab noch gar keins achso ok ja was war das kacke habe ich sogar von Hattrick älter ich bin Hattrick äh hinzu gut ja du bist einfach nur schlecht genau das ist nämlich das Problem nur was super team motiviert du bist einfach nur schlecht zu geht gar nicht geht weg wenn ihr mich nicht braucht das was du hier ablieferst liegt daran dass ich das heiligen Schein spielt sollte lieber wieder mit der Krone spielen dann bin ich nämlich der Kind ja wohl macht er nicht rein und ich auch nicht danke gut gerettet jonas ach danke das motiviert mich doch ich habe in der Mitte ich würde mir auch gerade gedacht ich habe ja genau ja klar wie ein über mich hebt wenn der Ball noch gilt Entschuldigung Nice musste sein das meiner das ist meiner das ist das ist meiner ja also oder von gar keine von uns ich sag ja nicht dass ich mich ins Tor bringen ne achso ja nicht das ist meiner Mittelfeldpass habe ich bekommen wo wart ihr hm kann mir das einer sagen da wo du nicht warst da wo du nicht warst an mieter sehr schön na gut da schlag ich nochmal passen da hast du toll gemacht das war wieder ein superschöner passende Mitte man hat alles aufgeholt sehr schön wir haben 1 0 zurückgelegen datenstrom habe ich bekommen Raketenspur habe ich schon vielleicht sieht das oh hab ich schon vielleicht sieht das ja cool aus ja ich bin Level 19 bin ich auch gerade geworden fast profi vor allem ist ja das letzte Mal als wir aufgehört haben war ich irgendwie bei Level 5 oder jetzt bin ich ja bei Level 19 als ob ich hier der Megazocker bin der die ganze Zeit durchzockt als ob ich hier der Megazocker bin ist ja nicht ne bleibenden gegen drei Profis ich bleibenden okay ich hänge nach dem Bildschirm fest drei Profis haben keine Chonks wir haben sich wohl auch schon die erweitern gekauft oder ja der eine da spielt mit dem Prozent ja auch so dort der da gerade m ah jetzt der mit der Brunhilde auf dem Kopf ja genau äh nein das ist keine Brunhilde das sind diese Hörner nur also diese komischen ich habe mich an der Brunhilde ah vor allem cool m hast ja recht m jetzt auch der Schirmball in die Mitte bringen oder das ist ja deutschland Mitte aber wiesendeutsche einander mit der eine heißt gerne gerne irgendwas gerne 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 er heißt Tonne er kommt deutsch zu Ende so nennen sich der deutsche Gerne 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 vor allem du von ihm ja hat schon immer mit dem mach ich auch Mann mit 3 Mies der eigentlich ist er nicht seine Schuld eigentlich war sie eher meine Schuld Guck ja der kickt ihn gegen den Ball alter klar wenn so was denn sonst ich bleib hinten voll oh ich hab mich verschrieben Mist danke Bubi kein Problem nett von dir komm in die Mitte ich hab dich nicht gesehen ja Alter wie die mich nur die ganze Zeit oh ne bei mir leckt schon wieder das Spiel bei dir leckt es schon wieder ja eben weil er alleine vom Torn hat den Ball nicht getroffen ist von der Schmacht wegen dem Lecken das ist der Weg dem Lecken ja mit wegen des Leckens mit allein n n und das sei klug scheiße ich bin ja wir haben die Seite Gert und die Mitte ich warte in der Mitte da hat der Mann auch ja schön ja schön da war man das sind das sind ja das war Mann ich bin als nach vorne nach hinten zur Seite in der Kasse zu einer ziehen bei dem nicht weil ich zu tun wird um die zu tun oder in der das da ich bin da ja 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 ich meine hier zu machen die einlaufen fliehen jetzt in der Mitte da stehe ich aber nicht ein Niederland auf dem Ball ich wollte vergesst immer auch das ist das Leben hier in der Mitte die Tito das soll ich jetzt machen was soll ich denn machen das ist ja ein Gott Frag dir was soll ich denn machen ich werde es tut mir jetzt nicht mehr hoffe ich doch bei einem anderen Autos es sah aber nicht so aus doch da guckt und jetzt da mal ein Jahr hier fliegt ja das ist der fliegende Holländer das ist doch als ob der jemals in der Mitte ankommt was sage ich der Einzelnen die was die ich wollte die gute das eigentlich wurde von hinten angestürzt genau daran hat es geliebt der Mokalhorst um mann ich war das nicht ich glaub es echt nicht und so jawohl jawohl immerhin die meinung auch schon das Alter nein ein ist in der Nähe ich dachte er kriegt ihn komplett weitergeht dachte ich aber auch hier ist auch schräg angefahren kann das ist auch die Königin meine Torverlage das war eine Kunde Torverlage oder ich werde jetzt mal nachdem will ich schon was du bist nicht letzter und ich bin erster ich habe keine Ahnung wieso ich bin erster weil du weil ich einfach bei uns schläge los in die Mitte auch den mach ich den mach ich sag's euch ja klar ich krieg sogar Torschuss nein auch muss ein Bug sein er wollte weit er so und mit der Zimmitte ein Siegsmann in die Mitte er besteht der Karte die Mitglieder der Städte schlägt da kommen wir als die Mütze zählt jetzt immer erster meine Vorlage schon wieder Pajones letzter auch kommt meine Vorlage schon wieder fast sogar gerettet hat denn die Vorlage nicht erklärt sind wir die erste berührten irgendwie bisschen Lucky und sohn hat er die Punkte klar sein zu gehen ja ja nein und wir gewinnen das ist meiner oder von gar keiner von uns jawoll Eider